Hallo und willkommen zurück zu Generation Zero Moin moin Kurze Verschnauptauce gehabt, wir werden gleich angegriffen von allen Seiten hier Wir haben keine Chance zu sein, sterben und dann ist das Let's Play vorbei Jawoll So macht man das? Was? Was? Was ist denn du? Wir kämpfen gerade gegen 5 Gegen 5? Hallo Was machen Sachen? Da ist nur einer Nein, 2 und 5 Sind da müssen auch noch 3 Hab ich schon So gehen wir mal nach der Straße entlang Oder wollen wir mal da unten mal gucken Da ist nämlich ein Haus Ja und Gegner Ein Panzer Können wir den fahren? Natürlich nicht Hä? Oh das sind ein paar Gegner Oh 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 Ich glaube ich werde mich ins Haus pflichten Ja Ja hallo ich bin erstaunen ich bin erstaunen hier heute nicht geschlossene gesellschaft da kommt noch mehr haben wir hier so die scannen genau davor ja okay bei mir warst du gerade in der tür gebackt ich packe mich du packst dich du kackst du ich koche wollte ich sagen okay und du würdest hier so die nähe alter was macht der schaden da ist noch einer hinter schieb ich noch nicht so ja du schießt einer war hinterm haus flanke ganz professionell in zwei aber wo alter ich bin gleich da unten was war das der hat hier ein paar fässer kaputt gemacht er hat die umgebung genutzt ja ich habe es gemerkt ich hätte nur zehn nehmen gut ich würde sagen wir können weiter das ist leer und da ist noch ein auto da hinten holz hat sich wohl gelohnt gut ja ich freue mich schon auf den nächsten bunker da kommen schon die größeren gegner da hinten guck mal da ja also die sind im rudel sehr lustig gerade mit der pistole da kommt der hunter aber ihr müsst ihr aufpassen die springen die schießen rakete die machen alles und die haben dann ziemlich gut immer als vier aber die haben auch dementsprechend guten loot irgendwo ist noch einer geradeaus ich glaube den container lassen wir mal zu das ist einer drin nicht mehr oh Munition 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 Militärmitte grün sieht cool aus was soll denn der Käse hat er mich eingesperrt was redest du weg wieso oh man was wolltest du ich wollte dir was zeigen ok warte 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 ach da ist noch was 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 machst du denn das ja das habe ich eingestellt L1 und dann kannst du die Sachen machen ich bin ein Roboter beste tanz du musst auf den touchbett und dann bei emotes und da kannst du einstellen Daumen hoch kann weg nimm ich dafür ne ich will ich auch warte mal oh wir haben einen Fertigkeitspunkt ja natürlich hm jetzt muss man mal gucken was geht man denn zuerst medal on medal on ich sammle noch die Fertigkeitspunkte ja hm also ich kaufe schon mal einmal Ausdauer 25% ist mit dir falsch du bist gerade am kacken aus so da hinten müssen wir hin zum Bauernhof Scheune das ist ein Bauernhof mit Scheune hier haben wir wieder ein bisschen Action vier Stück insgesamt und es gibt eine Waffe das klingt gut gehen wir gleich rein nö naja schon mal down nö hinter mir ne doch hallo her das ist nicht erst mal alles Mädchen noch was obwohl ach das sind nur die kleinen die kleinen Viecher die könnt ihr eigentlich mit groß ignorieren Hier gibts nix? Was war so? Hab ich mich erschrocken, alter! Auf was schießt du da schon wieder? Gar nicht, ich wollte mich grad umdrehen, aber da springt mir so ein kleines Vieh ins Gesicht, echt ohne Scheißen Jetzt schon? Ja, das ist komisch Okay Also die Hunter, die auf den zwei Beinen, umso mehr wir von deren Koalition abschießen, desto schneller lernen die und die werden stärker, die werden quasi zu Elite Gegnern Ja Und wenn wir die natürlich besiegen, gibt es auch besseren Blut So, lese mal ein bisschen was vor Hau micke Du hast gerade aufgehoben Eine Nachricht an der Tafel In der Kirche von Ihr wisst schon Beweist, dass eine Gruppe von Überlebenden dort Zuflucht gesucht hatte Sie zog dann aber zum nahe belegenen Bauernhof Sternhager weiter und forderte, sprängte auf ebenfalls dort hinzukommen Ein Pfeil an der Tafel zeigt er nach Westen Also liegt der Bauernhof vermutlich in dieser Richtung Sind wir nicht gerade da? Bauernhof Sternhage voll, meine ich Kann sein, ne? Ich hab jetzt noch nicht auf die Map geguckt Ich muss mal die Dinger loswerden hier Brennstoffzellen Bin mir schon bei 12 Kilo, fast 13 Nein Ich hör hier was Oh, die kleinen Schücher Warte mal Einfaches Standard Also was nehmen wir denn? Pflichtkeitspunkt ein Die heben wir nicht auf Ich hab erstmal mal eine Ausdauer ein bisschen gelevelt Gut Wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier ein Gebäude rein Da gibt's nämlich wieder was Muss ich das auch aufheben oder reicht das wie du das machst? Ähm, das reicht eigentlich wenn ich das mach Hast du eigentlich schon die Waffe gefunden? Ey du? Ne Ok, hier gibt's Heilung Ich hol meine Waffen von den Gegnern Von den Elite Gegnern Ja Nehmen wir mal ganz ehrlich die Waffen die man nur so jetzt so findet Ja das sind die Start Waffen Ja das sind die Start Waffen Mission abgeschlossen Hast du den Anrufbeantworter noch gar nicht angemacht? Nein Ok Das brauche ich nicht Hä Ich will mal in der Küche gucken ob die das gefixt haben Das komische Heilungspaket da auf dem Weißt du? Da liegen drei Ja hier drauf Ja Ja die hat was jetzt anders verteilt So wie es so aussieht Ach gut Ach das wollte ich gar nicht Äh Das wollen wir gleich mal weg hier wieder Was soll ich denn damit Ablegen Ähm Hä wo ist die Oh hier gibt's auch Kisten Ich glaube die haben die Räume auch geändert ein bisschen ne Weil hier oben war immer die Toilette Das ist jetzt Abstellcover Das sind zwei Kisten drin Kann auch ein anderes Haus sein Kann auch ein anderes Haus sein Daniel Weil die haben ja mitgekriegt Dass sich einiger oder fast alle Häuser Die waren ja fast alle identisch Und äh das mussten wir natürlich ein bisschen fixen Das war ein bisschen öde Ich geh auch nochmal grad in die Kiste Weil da mache ich auch noch Ah ne davon kannst du glaube ich so viel wie du willst glaube ich mitnehmen ne Womit was Von dem Holz und sowas Das weiß ich nicht Gut aber Waffe habe ich keine gefunden hier Ich weiß überall Warte Komm wir fahren Wir fahren gemeinsam Äh wo waren es nochmal Hier Mit Fahrrad Richtung Walhalla Ja Junge So ab zum nächsten Ziel Oh hier kommen wir nicht Doch hier ist offen Juuu Ja Ja also wenn das kein krasser Ego-Shooter ist weiß ich auch nicht Ja Aber Spaß beiseite ist schon ein echt guter Ego-Shooter Naher im späteren Verlauf des Spiels Äh Schön wahnsinn was da abgeht Ja da kommen richtig fette Gegner Ja So fertig Fahrrad gefahren Ähm Fährst du weiter Ja 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 nix looten hier oder was Das ist jetzt echt alles looten Aber wenn wir schon hier dran vorbeigehen Ich muss hier auf dem Fahrrad absteigen Ja und Findest du es so geil jetzt mit dem Fahrrad zu fahren Jo Oh Steige ich ihn ab Upsa Ich kann sogar rückwärts fahren Naja gut Äh wie steige ich ihn vom Fahrrad ab? Probier es mal mit X Geht nicht Äh Viereck Ich habe eine Kassette eingesammelt Eine Taschenlampe Mhm Ähm So habe ich denn eigentlich zu wenig Leben So habe ich denn eigentlich zu wenig Leben Tja Das wüsste Ja Auf gehts Yeah Jetzt wird der KZ-Rekorder auf die Schulter Oh der ist ein großer Oh der ist ein großer Leid weiter Oh 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 Drei Stück Drei Stück der eine steht auf dem auto der ist ein bisschen ex-loader schubst er mich wieder hier Oh, was war das? Ach nee, sah aus wie eine Raketenwild. Hör auf. Jetzt schon. Ja. Es regnet. Eine Relaisantenne. Wo denn? Hör auf, ich gucke auf der Karte. Ach, die ist noch... Hä, die ist noch ein ganzes Stück. Es dauert noch. Wollen wir erstmal hier gucken gehen? Oder wollen wir nur straight, jetzt nur Story? Ja, hatte ich vor. Okay, dann gehen wir weiter. Dann kommen wir mit dem Bauen ja erst in Folge 63. Ja, das frage ich mich eh ab, wann wir hier bauen können. Na, weiß ich eigentlich. Aber hier ist auch irgendwas, oder? Da ist was blaues. Was ist das noch ein Zeichen? Ist das ein Nebenquests, oder? Also auf der Map sieht man das jetzt nicht. Oh, hier sind Gachtbehälter. Da fahre ich so viel hier. Nein, nein, bei mir ist das noch blau. Hier. Boah, die schubst du mich wieder weg. Ja, dann lese mal vor. Nein, die spricht. Die spricht. Echt? Bei mir spricht sie nicht. Und so wie die spricht, kann ich nicht sprechen. So, bei der nächsten Aufnahme sehe ich noch ein bisschen anders aus. Dann style ich mich mal ein bisschen um. Oh Gott. Habe schon ein bisschen was gesammelt. Ich auch, aber nur scheiße. Egal, ich habe es noch nicht angeguckt. Ich style mich einfach. Hier ist noch so eine Turmbandaufnahme, oder so, hier hinten. Warte. Und eine Lupe. Hä, wo? Und Gegner. Ich will mich flankieren. Oh, heiler. Oh. Gibt es wieder genug Heilung? Gab es denn nicht immer noch Kuchen, oder so, in der Küche? Ja, irgendwie war da was, hm? Was ist denn da? Ah, nix. Fernseher. Fernseher ist böse. Ja, habe ich auch schon drauf geschossen. Gibt es da was? Gar nicht. Bei mir auch nicht. Na, na. Aber hier muss es was geben, weil es war angezeigt. Hier ist noch eine Kiste. Na, brauche ich nicht. Oh, hier auch. Oh. Wie geht's? Eine Waffe. Mäuser-Jagdgewehr. Schießübungen. Ähm. Basti. Ich würde mal sagen, wir wechseln es mal ein bisschen ab. Ich habe schon wieder keine Waffe. Wie jetzt? Die kannst du nur einmal nehmen. Das ist ein Quatsch. Ja, ich habe hier keiner mehr. Wo lagst du? Bei dir? Hier, um Fensterbrett. Na, da ist nix. Ich glaube, an Missionen, was du an Waffen kriegst, das kannst du, glaube ich, nur einmal nehmen, dann. So wie es aussieht. Okay. Das ist ja blöd gemacht. So, siehst du, ich bin wieder im Bad. Weil ich habe jetzt immer noch die Pistole, mehr habe ich nicht. Ich habe sogar einen Zielfernrohr gefunden. Wie konnte man das nochmal ranmachen? Hä? Ich habe einen deutschen Untertext. Hatst du das nicht gehabt? Bei der Aufnahme? Doch, aber wie hat er trotzdem gequatscht? Na ja. Warte mal. Ah, Ergänzungen? Das ist ja blöd gemacht, ey. Mit den Waffen? Ja. Das war damals noch nicht so, ne? Ja, ich hänge hier gerade in der Mauer. Echt? Oh, ernsthaft. Soll ich dir wieder helfen? Ja, ich bin wieder frei. Okay. Auf der Ort habe ich auch noch gar keinen Bock. Hat man mal öfters gehabt, ne? Ich steckte öfters irgendwo drin. Kann schon windig hier, kann das sein? Ja. Oh, gelbe Turnschuhe. Oh, erstmal einpacken. Ich glaube, die Klamotten wiegen auch nichts, ne? Ähm, ich glaube nicht. Werden nicht mit seinen Kilos drauf gerechnet. Ein pinkes T-Shirt, na loko. Ja, das muss er anziehen. Na, mach ja gleich. So, wollen wir weiter? Yes. Oh, jetzt ziehst du dich schon um. Nee. Hast du schon. Nein, ich bleib Metalhead. Gut, wenn wir jetzt hier geradeaus weitergehen, dann kommen wir zur Relaisantenne. Die können wir ja schnell zerstören. Können wir tun. Weil da gibt es ja ein Ding, wo wir zwischen joinen können. Genau. Ja, hauptsache du triffst direkt, ey. Und der. Jetzt lauf doch nicht weg. Siehst du, also ich sehe die Relaisantenne gar nicht oben auf meinem, äh... Ja, die sieht man auch gar nicht. Du musst direkt bei Touchpad, ähm, Dings gehen. Da, oh, da ist er. Tatsache. Willst du die zerstören, oder soll ich die zerstören? Oh, ich mach das schnell. Waren noch die Dinger da, ne? Ja, genau. Oh, hat einen ganz anderen Effekt jetzt. Das war vorher nicht so. Ich nehme mal so ein Ding mit, ne? Du kannst ja auch einen mitnehmen. Na ja. Falls wir irgendwo einen weiteren Weg haben, dass du da sporn, falls wir drauf gehen. Genau, dafür sind die Funkgräte nämlich da. Ja. Mobile Spornpunkte quasi. Da unten ist alles tot. Sieht nicht, dass es Salud gibt. Oh, dann ab zum... Äh, sind wir da hier richtig? Ja. Ja, ein Bunker. Ein Bunker, wo wir noch nicht rein können. Oder? Gab es hier schon einen Eingang? Ne, ich glaube nicht. Ne. Wir sind ja auch so weit verzweigt. Der Eingang kann ja sonst so sein. Weil hier ist auch noch ein Bunker. Ah, hier ist die Brücke. Hier müssen wir rüber. Hm. Aber... Wie sieht's denn aus? Ja. Break-mäßig. Hm? Pause-mäßig. Ja, ne? Folgen-aus-mäßig und, äh, so. Gut. Gut, dann gehen wir über die Brücke in der nächsten Folge. Was für ein Cliffhanger, genau. Yeah. Ja. In der nächsten Folge gehen wir über diese Brücke. Ja, über diese Brücke musst du gehen. Wir werden über diese Brücke gehen. Ja. Aber nur über diese. Über keine andere, wir gehen einfach über diese Brücke und, äh, okay, gut. Ja. Ich würde sagen... Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Bleibt sauber. Haut rein.